Hey Leute, heute gibt's ein wichtiges Thema, das viele von uns betrifft, aber über das viel zu selten offen gesprochen wird. Stephanie Giesinger hat in ihrem neuesten Instagram-Post sehr ehrlich über eine schwierige Zeit in ihrem Leben gesprochen. Im letzten Jahr hatte sie eine Abtreibung. Sie erzählt, wie hart die Monate für sie waren und dass sie sich damals nicht bereit fühlte, Mutter zu werden. Stephanie beschreibt den emotionalen Kampf, den sie durchstehen musste von der Suche nach Beratung bis hin zu den schmerzhaften Wochen, in denen sie noch schwanger war, bis der Eingriff durchgeführt werden konnte. Es war ein Kampf gegen meinen eigenen Körper, erinnert sie sich. Am Ende entschied sie sich für eine operative Abtreibung und spricht offen über ihre Gefühle von Angst, Scham und Verwirrung. Besonders mutig. Stephanie bricht mit dem Tabu rund um das Thema Abtreibung und sie erhält dafür viel Zuspruch. Auch Dagi Bee hat ihr in den Kommentaren Respekt gezollt, weil sie so offen darüber spricht und damit sicherlich vielen Frauen hilft, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr darüber denkt, und lasst uns darüber reden, denn solche Themen verdienen mehr Raum in der Öffentlichkeit. Bis zum nächsten Mal, bleibt stark und denkt daran, ihr seid nicht allein.